hallo ihr lieben einen wunderschönen sonntagabend wünsche ich ja der herbst ist da schneit also jetzt nicht bei mir aber ja gut ich würde sagen da das jetzt ein sehr kühler friedlicher herbsttag ist also bei mir regnet es draußen es ist grau in grau es ist kalt der wind weht noch ich lieb so wir werden uns heute noch ein bisschen hier um den friedhof kümmern weil auf so einem friedhof gehören natürlich blümkes und die wollen wir uns doch mal hier schön schön hinballern nehmen wir uns mal wieder eine fantasie eigenständige und dann gucken wir mal was man denn so in sachen blumen und gedöns hier noch irgendwie schöner machen können so da ist es eigentlich wurscht wie man die stellt die sind ja dann so mehr oder weniger frei platzierbar drehbar hockt sie auch keiner davor dann passt es so zack ja gut machen wir erst mal oder ich kann die blumen gleich hinsetzen das ist eigentlich wurscht das ist eigentlich wurscht so das ist schon mal ganz nett das ist ja schon mal ganz nettig hier würde ich eher was kleineres haben wollen wenn wir denn was kleineres haben zu weit weg aber hier nicht dann kann man das doch eigentlich im prinzip dahin so dahin so und dahin so und dahin so und da das passt da jetzt mal jemand lustigen mix da unten da ist doch schön kleiner fahren den dem brauchen wir nicht dann setzen wir das neuen passt wunderbar so wie mache ich es hier hier können wir eigentlich direkt schön platzieren natürlich blöd oder mal ne natürlich nicht ne war ja klar so was war ich denn hier hier können wir eigentlich die dinge reinsetzen warum sehe ich das nicht wie mal daumen ins grüne hinein wird schon wird schon passen so bei denen können wir das gleiche in grün nehmen hier noch ein bisschen drehen so so und so und dann haben wir hier wieder die blümkes drauf und dann hier noch einmal diesen hier einmal da so und so ja das kann man doch so lassen ja da hätte ich es noch ein bisschen weiter rüber gekonnt das schaut mir jetzt nicht so toll aus das gefällt mir nicht da muss ich erstmal die blumen weg machen also sprich den hier weg und den da weg und so da du kommst weg was haben wir hier da einmal weg zweimal weg und dreimal weg hauptsache weg machen wir das ganze spiel nochmal von vorn man sieht es aber auch echt blöd wisst ihr was machen wir anders machen wir anders so dann sehe ich auch wieder was und dann haben wir da gehabt die da die haben wir da gab da guck mal hin da sieht man doch jetzt wenigstens mal was kann man hier so hier so hier so hin platz hier an ja viel besser viel besser und dann dichter so da so machen wir halt nochmal ne bis es passt ja ja besser viel besser ok das wäre der erste streich und der zweite folgt zugleich machen wir hier noch ein bisschen licht was nehmen wir denn da was nehmen wir da können wir so machen so komm das doch ja ein bisschen tricky wenn man das hier so hinsetzt so vielleicht ja und hier so komm und dann ein bisschen rein und da so rein muss jetzt nicht exakt sein so ja und dann die Lampen dran was haben wir denn Kladatsch 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 und Kladatsch so dann hätten wir das hier würde ich ganz gerne so Kohlebecken oder was noch hinsetzen kurze Metallpfanne große Metallpfanne Kohlebecken haben wir es doch ja die sind oh ne 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 haben wir das nicht ein bisschen dezenter machen wir es da ein so okay bauen wir es mal gucken wir mal ich denke das kann man so lassen das kann man so lassen so und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Wildwuchs ne weil es ist mir ein bisschen zu gepflegt da hinten ähm ich weiß schon wir machen da ein Mix und zwar so ein paar kleine Büsche haben wir die nicht noch einen Tacken kleiner da da ne aber dann machen wir es halt so so aber hier mache ich was anderes hin aber dann setze ich mir einfach mal hier so ein Ding hin und hier hinten machen wir dann auch ein bisschen so 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 aha da können wir uns ein bisschen austoben müssen wir jetzt veräppeln Quatschkopf so das passt padam und dann hätte ich ganz gerne da hätte ich noch ganz gerne eine kleine Häcke und zwar hier hier hinten das können wir ruhig durchziehen das stört die Toten nicht so ja und vielleicht sogar noch hier entlang hallo das ist mir bald machen wir es halt so entspanntes bauen was bist du jetzt? achso das ist der Busch so ja das schaut doch schon mal ganz nett aus dann können wir doch eigentlich auch hier hinten warte mal das von der Hecke so dann haben wir es ein bisschen optisch schöner hätte ruhig noch erholen dann snap mir das in die Wand rein das ist nicht aber das schaut schon gut aus ich würde sagen das schaut schon ganz nett aus hier so und dann haben wir doch noch hier bei den allgemeinen Dekorationen habe ich doch eigentlich auch diese ja die sind zu groß die sind zu groß dann ist es okay so das wäre der Part das könnte man doch eigentlich hier haben wir es ja mehr oder weniger schon ein bisschen schön aber da kommen wir dann danach noch dazu ich möchte erstmal die Ecke hier noch ein bisschen schöner machen wir werden uns jetzt erstmal hier einen Weg rein hämmern den machen wir dann hier so und da so und dann hier so runter so und dann machen wir hier einen kleinen Fußweg so und so und der geht dann hier schön einmal so raus so ja und hier möchte ich ganz gerne so einen Gedenkplatz also wo die Leute sich ein bisschen hinsetzen können dass ein bisschen Bewegung am Friedhof ist ähm da würde ich fast vorschlagen warte mal da warte ich noch da warte ich noch dann machen wir erstmal den Weg dahin so und dann bei Dekoration wo haben wir denn die Bänkchen da haben wir es noch oder nehme ich hier Stein passt glaube ich besser ne passt glaube ich besser dann nehmen wir doch dann nehmen wir doch dann nehmen wir doch nehmen wir doch nehmen wir doch die hier machen wir uns hier jetzt mal Bänkchen hin so und komm so ja das ist in Ordnung das ist in Ordnung das lassen wir mal so da kann ich dann hier noch so ein paar Bäume hin so und so das ist schon mal nicht schlecht das kann man lassen und vielleicht hier noch da so einen hin und hier drüben auch noch einen hin so bauen bauen okay so weit so gut Meisterwerk des mechanischen Springbrundens na supi euer Handelsgeschick hat einige eurer Dorfbewohner inspiriert und sie möchten aus diesem Anlass das Meisterwerk des mechanischen Springbrundens bauen optionaler Bonuseffekt erhebliche Verbesserung der Verschönerung des Gebiets Bedingungen für Bonuseffekt alle Teile liegen am Flussufer das ist so ein Quatsch das ist wirklich so ein Quatsch aber gut ne was willst du machen das ist halt so so und dann würde ich sagen schnappen wir uns hier nochmal so eine kleine Hecke oder und häkeln das mal hier so ein bisschen ein nicht snappen so vielleicht bis hier hinten hin lass mich mal gucken na ja auch zu snappen so jo das ist doch schon mal nicht schlecht das ist doch schon mal nicht schlecht und dann von hier bis da bis da und dann ne komm so ja das ist doch idyllisch das ist doch idyllisch okay zum sitzen kommt jetzt hier ach ich hab ja vorne abgesperrt ne deswegen nö ist offen ist offen da will noch keiner hin naja gut dann ist das so kann ich aber trotzdem mal den weg hier machen oder das sollte gehen wupp und wupp machen wir das machen wir das so ja machen wir es so machen wir es so und von hier dann ein bisschen weiter rüber kann ich da noch irgendwie ein gedönschen machen irgend so ein hübsches gedönschen haben wir da irgendwas was dazu passen könnte schaut nie so aus ne aber warte mal wir können ja hier noch ein bisschen ein bisschen grünzeug hin machen das geht grünzeug geht immer so ach guck mal da kommt jemand so kaum ist grünzeug ja guck mal das ist doch schön das ist doch schön so und dann können wir das hier noch ein bisschen drapieren und hier noch ein bisschen drapieren und dann schaut das doch bestimmt ganz nett aus ja das schaut ganz nett aus das ist okay ich würde sagen das reicht so okay dann haben wir noch das hier und was ich noch ein bisschen verschönern will da würde ich allerdings sagen da machen wir es genauso mal noch mal setzen wir mal hier so noch zwei Bäumkes hin einfach wild wild in die Ecke rein das taugt und dann hier schön den Weg so 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 das passt das schaut aus das taugt so und dann machen wir hier machen wir hier das Rollding hin was machen wir denn da warte mal 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 da können wir doch hier so ein Mix Mix machen machen wir hier mal so ein Mix so schön so reingemixt hier drüben machen wir es auch nur nicht so opulent dann setzen wir dann hier hier und hier kommen wir hier noch ein bisschen dichter machen wir mal hier so ein bisschen dichter so und dann könnte ich das Ganze noch ein bisschen einfassen dass es nicht so planlos in der Ecke steht ah jetzt haben wir das dann mache ich das doch hier so oder so vielleicht so und dann hier so rein das passt und von hier machen wir es so ja guck mal so komm mal gucken das kann man sich doch anschauen das ist schön das ist schön und dann möchte ich noch ganz gerne na nicht Gottesdienst hier da da dann machen wir uns hier noch so zwei schöne Dinge hin einmal hier und einmal hier jawohl dann wird es doch nett dann wird es doch ganz nett hier das kann man so lassen da brauche ich gar nicht mehr machen das schaut gut aus das schaut gut aus so jetzt haben wir natürlich die Ecke hier da war jetzt gerade kein Grabstein hier ne ne war nicht aber aber was ganz wichtig auf dem Friedhof ist ist natürlich ähm Moment haben wir gleich so jetzt warten wir mal hatte ich nicht so ein oder können wir das nicht einfach nehmen und zweckentfremden ne da ist Erde drin ne geht nicht ok das geht nicht aber wir haben ja hier unten das Trog das das Trog mit Wasser mein Gott mein Deutsch so das können wir uns hier so hinstellen so ist natürlich blöd direkt an dem Grab hier ne ich würde sagen ein oder die zwei hauen wir nochmal weg mal anklickern hier gucken wir mal da da du kommst weg und da du warst doch ich hab dich gesehen da du kommst auch weg abreißen so dann kann ich das zumachen und hier kommt jetzt Wanne mit Milch Eimer mit Milch Eimer mit Wasser so die Blumen müssen ja gepflegt sein so haben wir nicht einen leeren Eimer auch Wanne mit Milch das ist Quatsch das ist Quatsch ne wir haben keinen 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 kleinen Eimer hier naja gut auf jeden Fall brauchen wir das Teil noch das setzen wir uns dann mal hier so hin so so vielleicht ja schaut gut aus vielleicht noch ein bisschen drehen oder noch ein bisschen drehen ein bisschen da noch da und dann passt das mhm okay okay ne wir haben leider 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 haben wir da nix können wir hier noch ein bisschen für licht sorgen so und da setzen wir mal da setzen wir mal ach guck mal hier so so ja das sollte passen ja da können wir dann hier Wasser holen für die Blümkes und so das passt da muss ich jetzt allerdings mal nochmal ganz kurz hier eine kleine Unterteilung machen ähm ähm meine da für eine machen wir einfach hier die Dinge so vielleicht so abtrennen ja ja komm machen wir so na komm dann ist es ein bisschen unterteilter so ja das ist okay das ist okay für mich gut dann bräuchte ich aber vielleicht noch eine Schubkarre so die steht hier halt für ihn frei verfügbar so haben wir eine Schubkarre ja das ist doch idyllisch so und hier möchte ich dann auch ganz gerne ein bisschen Blümkezeug haben ähm Fantasy Decorations so und zwar hatten wir doch hier die länglichen die da die da die würde ich ganz gerne zu schnell geklickt ja lässt er sich wieder nicht schieben ne hallo doch läster so jetzt und zwar wenn wir da hier zwei immer nehmen so und dann hier drüben auch fangen wir mal vorne an fangen wir mal vorne an so so ist okay so ist okay und dann hier natürlich dann schön Blumen rein das ist fein so und so und dann hier drüben noch tada 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 und tada ja das ist doch allerliebst das ist allerliebst okay was können wir denn hier noch machen das ist ein bisschen so das ist ein bisschen leer ne ein bisschen verloren wirkt das hm was könnte man denn da hin machen man weiß es nicht ne hm und nochmal hier mache ich auf jeden Fall mal hm 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 tschuldigung hm hm ich bin noch in so einem einem sehr entspannten Baufeeling ja das geht das geht das geht so machen wir hier einen und da einen so das passt schon mal na guck mal schon ist mir wild und schon ist Leben am Friedhof hm hm ja die waren ein bisschen ne ein bisschen krumm ne ach komm so ähm und was mache ich oh warte mal ich habe eine Idee wir hatten doch wir hatten doch wir hatten doch hier die Dinger es ist nur die Frage welcher von den beiden ist dass da sich irgendeiner hinflätzt hm hier drin passt bauen ja sehr schön sehr schön geworden sehr sehr schön geworden da ist doch okay das ist doch okay so okay das ist mir noch ein bisschen zu langweilig hier das ist mir noch ein bisschen zu langweilig wo haben wir sie denn wo haben wir sie denn da haben wir sie so da können wir doch hier noch so schön zwei Büschkes integrieren so und so das ist okay das ist okay so das ist das nicht so übergangslos jetzt hier ist ich baue das mal so dann können wir hier noch das ein bisschen kaschieren ja so weit so nice ganz schönes Männchen laufen jetzt hier hm 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 so und jetzt haben wir hier noch die Dinger hier ne boah das könnte man dann da noch ein bisschen schöner machen eine Hecke zwischen rein ist Quatsch auch ich habe ne Idee ich habe ne Idee ich habe ne Idee ne Idee ne Idee die 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 happy mal gucken wie das wie das ausschaut einfach mal einfach mal machen und gucken kann auch sein dass es total kaka ausschaut so das reicht erst mal als Testfläche hm 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 ja obwohl warum nicht ne ich würde sagen das machen wir das machen wir oder die ist auch mit dieser holz um ne die ist aber noch höher das ist doof ne machen wir nicht machen wir nicht machen wir mit dem hier so 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 ja das passt so das passt so weit okay okay hm 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 okay hab ich da sonst noch irgendwas aufregendes ne sonst haben wir dann nichts aufregendes Kann ich das hier wieder zumachen? Oder wohl? Warte mal. Fantasie. So. Turmblumendop. Das ist halt groß. Aber wir können ja, jeder kann ja sein Grab selber fliegen. Und individuell gestalten. So. Machen wir das doch so. Und so zum Beispiel bei dem. Und hier machen wir mal. Kann man die eigentlich auch so setzen? Ohne. Oh ja, geht. Dann machen wir das so. Und so. Damit können wir es doch eigentlich ein bisschen andeuten, oder? Das ist doch nicht schlecht. Ich finde, es ist gar nicht mal so doof. Vielleicht kein Fahnen, oder? Nee. Entschuldigung. Ach so. Ach so. So. Und dann vielleicht... Das hier so dazwischen. So vielleicht. So. Okay, so weit, so gut. Aber damit kann man sich, glaube ich, ein bisschen behelfen, ne? Aber hier kann ich mal wieder gucken, ob ich nicht doch irgendwie... Ja, guck mal. Wie soll ich das hier so hinsetzen? Und da so hinsetzen? Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann hier... Das Ganze ein bisschen opulenter. Ja. Ja, ja. Es wird langsam ein Schuh draus. Jetzt sehe ich noch nichts mehr. Deswegen machen wir hier mal einen Break. Gucken wir uns das generell mal an. Ja, guck mal. Aber wenn das mal nicht schön ist. Ha. Die Bundesgartenschau. Die Bundesgartenschau der Toten. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Das machen wir hier gleich auch nochmal fertig dann. Padam. 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 So. Da. Hier könnte ich... Da könnte ich vielleicht... Dann ist das ein bisschen so eingewachsen. Das ist okay. Und hier machen wir wieder das Klassische. Aber ein Stück weit drüber. Mö. So. So. Und hier können wir dann nochmal auf die Töpfe zugreifen. Da können wir jetzt aber mal hier mal ein bisschen sowas machen. So. So. Und hier drüben nehmen wir wieder die. Nehmen wir wieder die. So. So. Das ist doch nice. Das ist doch nice. und dann kann ich hier noch ein bisschen das Grab andeuten. Sollte gehen. So. Das ist doch... Das sollte reichen. Ja. Das reicht. Oh, hier ist relativ schmucklos. Hier ist es relativ schmucklos. Machen wir hier einfach nochmal so eine doppelte Reihe rein. Kriege ich? Kriege ich das hin? Kriege ich das hin? Dass wir hier dazwischen Jammut reinkriegen. Ne. Kriege ich so nicht hin? Ne. Das snatcht mir hier rüber. Das snatcht mir hier rüber. Komm mal hier raus. Und dann hier rüber. Dann kannst du weg, oder? Ja. So. Das ist halt vergessen. Das ist das vergessene Grab. Da weiß keiner mehr, was da drunter liegt. Da kommt auch keiner mehr und pflegt. Aber das können wir hier, glaube ich, so... So weit können wir das mal lassen. Na, warte mal. Hier habe ich auch nichts. Bis auf den Fahnen da hinten dran. Äh... Ne. Lass uns nochmal hier... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich das hier. Danke. Okay. So. Oh, jetzt sehe ich wieder nichts. Oh. Das ist furchtbar. Oh, die sind zu groß. Wenn es die ein bisschen kleiner geben würde. Das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Das wäre... Ja, ich sehe nichts. Ne. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Ich sehe nichts. Ah... Warte mal, habe ich noch irgendwo... Ich glaube, hier ist es... Oh, es geht. Es geht. Es geht. Was ist denn eigentlich hiermit? Hier könnte man doch... Naja, es ist aber zu groß, ne? Es ist jetzt ein bisschen zu groß. Lass mal gucken, wie das ausschaut. Ja, komm, behelfsmäßig. Kann man das schon mal lassen. Kann man das schon mal lassen. Naja, das geht schon. Das geht schon. So. So. Ich würde sagen, damit... Damit kann man leben, oder? Haben wir doch einen ganz schönen Friedhof zusammengeschustert hier. Ja, komm, ich würde sagen, das kann man lassen. Ja, doch, das passt. Das passt soweit. So, jetzt müsste ich mal gucken. Lass mal gucken. Lass mal gucken. Klerus. Da haben wir doch jetzt ein bisschen was dazugekriegt, oder? Oder nicht? Anscheinend nicht. Klosterhof. Ja, der will uns wirklich dieses... Soweit. Was haben wir hier? Botengänge. Da haben wir unser Unterhalt vom Klerusgebäude. Kommt, das können wir machen. Das nehmen wir mal. Das können wir eigentlich auch mal machen. Vielleicht bringt uns das ein bisschen was. So, Klerus, hier unten. Dann haben wir einen leeren Platz. Jetzt kann ich mir da was raussuchen. Was nimmt man denn da? Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Ja. So, was kann ich da oben nochmal? Habe ich da noch irgendwas? Dann machen wir das nochmal dazu. Und hier habe ich doch auch noch irgendwas, oder? Ah, ja, okay. Gut. Soweit, so gut. Aber das ist blöd, dass ich da jetzt... Das ist doof. Doof, 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 doof. Naja, gut. Aber wir können doch, wir können doch, wir können doch bei Gottesdienst... Äh, Dorfkirche. Hatten wir da nicht jetzt hier irgendwie die... Äh, nee, immer noch nicht, ne? Wieso haben wir nicht die schöne Steinkirche mit hier Steindach? Hatten wir das nicht freigeschaltet? Hatten wir das nicht freigeschaltet? Hm. Warte mal, muss ich nochmal gucken. Kloster. Okay. Ausgastliche Steingrab. Strohgedeckte Kapelle. Kapelle mit Dachziegel. Okay. Steine an der Glockenturm. Bla, bla, bla. Was brauche ich denn? Was brauchen wir denn? Der Kreuzgang, ey. Kein Mensch braucht einen Kreuzgang, ey. Refektorium. Klostergesandter. Ja, bla, bla, bla. Steinkirche. Okay. Okay. Was brauchen wir? 100. Wir brauchen 20 Ansehen. 20 Ansehen. Klerus-Ansicht ist erforderlich. Um neue Inhalte freizuschalten, bestimmt die Einfluss-Obergrenze für den Klerus-Stand. Dieser Wert wird sowohl von eurem Klerus-Prunk beeinflusst, als auch davon, wie exklusiv ihr euch für diesen Stand engagiert. Klerus-Ansicht hat keine Obergrenze. Okay. Prunk. 20. Wir haben 14 Ansehen. Dauert also noch ein bisschen, bis wir das hinkriegen. Okay. Müssen wir halt noch ein bisschen mit dem Strohdach hier leben. Müssen wir halt noch ein bisschen mit leben. Aber wir haben einen sehr schönen, schönen Friedhof. Das ist doch schon mal, ist doch schon mal was. Hier wird gestorben, da wird gefeiert. Tür an Tür mit Alice. Highway to Hell mit Musik. Das ist, so muss das doch sein. So, dann haben wir ja hier, ne? Haben wir das ja hinbekommen. Wohnt da jetzt schon jemand drin? Nein. Jetzt muss ich mal gucken, wo wohnt denn momentan die Frau Sonnenschein? Dass die hier mal ihr daheim bekommt. Da ist sie doch. So, lass mal gucken. Wo wohnst du denn? Du wohnst hier. Dann schmeiß ich dich doch hier einfach mal raus. Nee, so. Nee, auch nicht. Hallo? Warum komme ich da nicht ran? War das weiter unten? Ja. Oh, super. 1, 1, 1, 1. Träumchen. Aber wir haben Glück. So, einmal rausgeschmissen. Dann ist das soweit so gut. Das passt. Wir könnten sie jetzt eigentlich schon mal schicken. Und dann könnte man mal gucken, was das hier so sein soll, ne? Das können wir machen. Aber jetzt ist er erst mal vertrieben. Jetzt ist es stinkig. Jetzt schmolze. Ach, der Stuhl knackt. Zeit für einen Schluck Kaffee, wa? Okay. Der ist doch gar nicht mal so schlecht. Was mir noch nicht so gefällt, ist jetzt hier natürlich der Eingangsbereich mehr oder weniger zur Brücke und zur Kirche. Das ist natürlich nicht so toll, nicht so prall. Gucken wir mal, wo ist er jetzt hingezogen? Ja, brav. Brav. Das läuft. So, können wir doch gleich mal hier ein bisschen aufmachen, oder? So. Ja. Das geht. Das geht. Sehr gut. Ja, schaut doch ganz nett aus. Da ist er doch. Da ist er doch schon. Sehr schön. Okay, dann gucken wir doch mal, was wir denn da so haben. Chronik, Armee, Fortschritt. War das nicht hier? Ach ne, Quatsch. Haben sie ja da hingepackt. So. So. Uiuiui. Uiui. Uiuiuiui. 87 Meter. Das müsste doch einer von denen sein, oder? Genau. Dann lass mal stoppen hier. Dann müsste sie doch dann hier so schön über die Brücke kommen. Und dann da. Warte mal, da ist er. Da ist er. Warte mal, wir verfolgen sie mal. Hallo? 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 Ich will die verfolgen. Ähm. Ach. Habe ich ja schon offen. Doch, wo wohnen wir folgen? So. Jetzt. Schauen wir noch mal. Dumm, didel, dumm, didel, dumm, didel, dumm. Und das ist doch schön. So, ein schön über die Brücke drüber. Jawohl. Ja, guck mal. Funktioniert? Gut, da hat es jetzt die Abkürzung über das Mäuerchen genommen, aber ist immer mal nicht so, ne? Sind wir da mal nicht so? Oh. Da wird es mich jetzt mal wirklich interessieren, deswegen wollte ich das jetzt. Äh, hallo? Was dödelst du da oben rum? Hä? Na ja, wirst du schon das Ding hier untersuchen, ne? Da würde es mich mal interessieren, wie das ist, wenn wir da die, die, die Geländestücke da hin, hin machen. Och, das ist hier aber auch eine schöne Ecke, um irgendwas zu bauen, ne? Hm. Och, ich liebe die Map. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich bislang die schönste Map. Ehrlich war. Das ist mal so richtig nice hier. Hm. Ja, schon. So. Was mache ich jetzt mit dem Platz hier? Ich würde vorschlagen, wir werden uns hier mal ein bisschen was überlegen, äh, was man mit ihm hier so anstellen. Ja, ich würde sagen, der sitzt mir relativ im Weg hier. Hm. Der sitzt mir hier ein bisschen mitten, mittendrin. Hm, 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 hm. wie könnte man den das zelt brauche ja eigentlich nicht er kann ja eigentlich hier reinziehen da ist ja noch genug platz hier aber er ist ja eigentlich das fahrende volk also ich bin etwas etwas irritiert was ich was ich mit mit dem hier anstellen weil dann eigentlich könnte man den hinpacken er sollte schon relativ zentral sein dass das die die den brauchen dass die da auch gut rankommen ich will mal was gucken und zwar bei der stone gate mod haben wir doch haben wir da nicht entertainment schade 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 gott's market food weaver taylor das text office hams treasury haben wir auch aber kein entertainment gedöhnt das ist doof spiel wie kriege ich das dass das nicht ganz so ich glaube ich glaube ich habe die idee ohne moment kirche da pass mal auf pass mal auf wenn wir demseit ding hier hinsetzen hier so machen wir es hier hin dann kriege ich hier den bogen noch hin das geht machen wir das so wir lassen das mal hier so bauen und hier muss ich ein bisschen was wegnehmen er ist halt jetzt sehr saft geworden ihm gefällt es hier so gut er ist sehr saft geworden keine grad entfernung so hängende wäsche kommt mal weg so lagerfeuer kann man weg dann planwagen mit holz aus holz kann weg und die wanne mit wasser kann weg so soweit schon mal so gut dann kann die gehört die bank dazu schein so ne dann können wir das zusätzliche häuser mal weg machen und das zwei drin wenn die werden schon ja kommt die kriegen wir schon so jawohl dann müsste das klappen dann sollte das klappen ich lass mal ein bisschen schneller laufen jetzt so kam der titel schon vorbei und der jeffry kommt auch mit zwei zweimal holz mehr ging wohl nicht wahr mehr ging wohl nicht mhm dann können wir ihn doch hier hier einziehen lassen ne das sollte kein problem sein so lass mal gucken welche wer ist denn vertrieben gerade wer sind vertrieben was nur 85 prozent warum weil sie was arbeiten muss das macht sinn das macht sinn ich hätte vielleicht gucken sollen habe ich hier irgendwo ein ausrufezeichen ne habe ich nicht warte mal was haben wir hier arbeitslos hier er er braucht eine unterkunft er ist live eigener sollte aber ein jetzt hat er jetzt hat er was gefunden wo ist er naja na gut dann halt da rein ist mir auch es soll mir recht sein so das soll mir recht sein hier geht es ja eben bloß jetzt um die optik hier geht es doch bloß um die optik so hau rauf dauert noch ok gut dauert noch dann haben wir ja den bereich hier muss ich mal gucken warte mal wir zeichnen uns mal wieder grob ein bisschen das ganze zeug an mit dem mittels holzzaun bin ich richtig rum ja bin ich das ginge bis hier hin ungefähr so ja das geht dann hier rein ok und dann der weg der weg dahin wäre quasi weil man hier ist offen mache ich jetzt erstmal hier ein bisschen grob so dann mache ich hier noch das lasse ich das offen naja auf jeden fall habe ich jetzt schon mal das hier das bedeutet das bedeutet dass wir eigentlich von hier bis da und dann hier war ja klar war ja klar das war klar so und so und dann hier auflassen und dann hier so und da so mhm erhebt man das schon mal so wie gesagt das ist jetzt erstmal nur mal grob für für die peilung das sollte aber funktionieren wenn ich jetzt noch her gehe mach mir hier noch eine kleine hecke hin dann sollte das eigentlich auch ganz gut ausschauen wenn man das so macht so macht so macht so macht so macht so macht und dann noch einen dann das mal weg du kommst du mal hier rein zack 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 mhm 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 soweit so nice mhm und dann kann ich das nicht noch ein bisschen weiter dass es ein bisschen gerade ist so vielleicht eigentlich eigentlich kann man den Part hier komplett vergessen und nochmal einmal weg zweimal weg einmal weg zweimal weg so vielleicht ja das ist schon eher das ist schon eher das ist schon eher jetzt jetzt haben wir es was haben wir denn gefunden Quarz braucht kein Mensch erstmal brauchen wir noch kein Quarz soo dann hätten wir das doch soweit ganz schön gelöst hier mhm 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 dann machen wir hier noch ein Ding reindödel so und da und das dann hier so mach und dann hier so und so dann haben wir das mehr oder weniger ein bisschen angedeutet hier also angetäuscht ich mach das nochmal weg und dann machen wir hier das noch so so ja das ist okay das ist okay dann haben wir hier einen schönen Eingang das kriegen wir hin und dann können wir jetzt das ganze noch ein bisschen hübschi machen indem ich mir hier wieder meine Fantasie schnappel extra nur für ihn erstmal die Wege ein bisschen ausarbeiten also sprich das hier alles kommt weg bis auf den kleinen Grünstreifen kann es auch weg dann kommt hier der Eingang rein das taucht das taucht bauen ja das mag ich so und dann hätten wir das dann kriegt er hier seine Wäscheleine wieder hin machen wir die hier so hin so ja komm muss mal hier sein so das passt der ist jetzt heimisch geworden das schaut doch gut aus so und dann haben wir hier noch das machen wir hier so hin so und den Hackebeter machen wir hier so hin und dann haben wir doch zu groß zu groß zu groß haben wir das nicht passend da machen wir hier noch so hin dann kann man das da schon mal bauen so ja okay gut dann hier einmal runter und dann machen wir das hier mal einmal ringsrum so so und so da muss ich noch mal gucken aber das kriegen wir hin dann mache ich das hier noch ein bisschen so und so und da wo gearbeitet wird machen wir auch noch hin bauen ja das passt doch und dann kann ich doch hergehen und kann eigentlich sagen das snappen wir hier so rein und das snappen wir da rein und dann hätten wir den Part schon einmal erledigt mhm dann fehlt noch ein bisschen Grünzeug und so kriegen wir aber auch hin dann nehmen wir diesmal Grün ach ne warte mal hier hm 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 ich möchte einen ohne groß hier guck mal zack und dann vielleicht hier so hin so einmal so einmal hier da kann ich da noch ein bisschen hier geht's rein machen wir das da so fein und dann noch so einen dicken Oschi direkt hier an die Kante hier so vielleicht mhm und du kannst weg bauen so so schaut es doch nett aus gut dann brauche ich ähm was braucht man denn da hier guck mal das da da kann man auch mal hier so Sträucherchen hinsetzen hier so zack das passt und hier vielleicht noch so dann schaut es nicht ganz so clean aus so was haben wir hier zu groß viel zu groß nee nee ach wiemitz willen hm 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 so vielleicht ja es kann ruhig ein bisschen rauswachsen das ist nicht das Problem okay bauen wir das mal ja dann hat er doch einen schönen Platz gekriegt ne dann hat er doch einen schönen Platz gekriegt So, jetzt muss ich jetzt hier den Wechsel noch machen. Zack. Zack. Der Schmusebär. Den holen wir uns mal her. So. Schmusebär. Da ist er doch schon. Hier ist er schon weg. Dann können wir das nämlich hier abreißen. So. Ähm, mein Freund, du stehst falsch rum. Äh, hoffentlich. Naja, gut. Lassen wir ihn mal, ne? So, und dann müsste ich doch die Dinger hier haben. Genau. Wupp. Wupp. So, und da können wir doch hier ansetzen. Das mal hier schön ausarbeiten. Hier möchte ich gar nicht mehr so viel wegnehmen. Da kann ruhig ein bisschen Gras stehen bleiben. Das wirkt immer schöner. Aber wir können jetzt hier quasi einmal das Ganze voll machen. So, und so, und so. Das würde nämlich hier wieder ein bisschen zuwachsen. Deswegen würde ich fast sagen... Ähm... Mach mal so. 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 Und so. Jawohl. Das sollte passen. Das sollte passen. Bauen. Ja, guck mal. Dann haben wir hier... Haben wir hier doch einen schönen Zugang. Was jetzt natürlich nicht passt, ist diese... Ist diese Ruppel. Weil... Da kann ja nichts angeliefert werden, ne? So. Dann reißen wir das Teil mal raus. Und das Teil mal raus. Und dann schauen wir mal, dass wir das da kriegen. Und das setzen wir dann ganz einfach hier mit dran. Oh, so, warte mal. Jetzt. Zack. Und... Warte mal. Äh, das passt doch... Da passt doch was nicht. Hallo? Hä? Warum schaut das jetzt so komisch aus? Wieso? Wieso? Jetzt. Okay, warte mal. Ich mach das nochmal weg hier. Hallo? Komm. Na ja. So. Jetzt. So. Jetzt macht es Sinn. Jetzt macht es Sinn. Obwohl auch noch nicht so ganz, ne? Weil der Ruppel hier ist schon ein bisschen... Äh... Ja, da müssen sie durch. Da müssen sie durch. Ne? Und dann können wir hier noch das Ganze ein bisschen verdichten wieder. Indem wir uns hier einfach mal so ein paar... Dinger da hinsetzen. So. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Nee, der... Er schaut gerne ins Zelt. Hm. Na ja. Vielleicht nach dem Neuladen, dass es dann da funktioniert. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal den Bereich ein bisschen aufgeräumt. Na, das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Okay. Warte mal. Ich packe mal das wieder weg. Dass wir hier wenigstens ein bisschen so... Das hinbekommen. Falsch rum. Falsch rum. Wenn ich das so mache. Und so mache. Und dann so mache. So. Und dann ein bisschen rumschieben. So vielleicht. Dann hätte man hier einen guten Eingang. Okay. Das kann wieder weg. Zack, zack. Okay. Weil dann kann man das... Es ist doof, dass die Tür jetzt genau hier ist. Aber es ist eigentlich wurscht. Wir können auch mal die Tür ein bisschen anders lassen. So ist er nicht. Also, ne? Ähm. So weit, so gut. Und dann lasse ich das einfach mal hier so... ...zugehen. Und hier hinten machen wir dicht. Mach ich aber mit einer Hecke. Das mache ich mit einer Hecke. Wo ist er? Da. Machen wir hier so. Ah, das snappt da wieder. Das snappt wieder. Ah. Das ist doch Sau. Doch. Wenn ich hier ein Ding reinsetze. So. Dann müsste es gehen. Ah. Das schaut doch doof aus. Hey, Spiel. Kann ich mal so machen. Hör jetzt auf da ran. So. So. Und dann so. Ja. Das passt. Das passt. Mhm. Mhm. Das ist okay. Du kommst hier bis runter. Ja, komm. Das kann man so lassen. Das kann man so lassen. Das kann man so lassen. Oh, hier nehme ich schön so und 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 so. Dann hätten wir das schon mal. Wie groß bist denn du? Zu groß. Zu groß. Zu groß. Zu groß. Zu groß. Aber hier können wir da schön einmal das noch ein bisschen besser ausarbeiten. Mal noch mal gucken. Mal noch mal gucken. So und so und so und so und so und dann hier so mal noch mal. Machen wir das mal. Äh, geh mal weg. So. So ist okay. Und dann geht's hier rein. So. Das passt. Dann können wir hier noch ein bisschen. Das sollte jetzt passen, ne? Und damit ich hier den Bogen ein bisschen besser hinkriege, würde ich vorschlagen, machen wir das ganz einfach. Dann hauen wir nämlich das hier alles weg. So. Ja. Und schon ist es aufgeräumter. Jawohl. Ich denke, das kann man so lassen. Warum er jetzt immer so ist. Ja, gut. So. Wenn's ihm Spaß macht, dann lassen wir ihm das halt mal, ne? Jut, jut, jut. Da würde ich sagen. Passt doch. Das passt doch. So weit. So gut. Ja. Finde ich gut. Kann man so lassen. Also, Kinder, dann wünsche ich euch an der Stelle. Einen wunderschönen restlichen Sonntagabend. Kommen wir gut in die neue Woche hinein. Na, und jetzt muss ich mal gucken, wie sich das mit dem Wetter so weiterentwickelt. Und momentan ist bei mir im Job ein bisschen drunter und drüber viel zu tun. Ähm. Aber ich schaue jetzt schon, dass ich so langsam mal so die Taktzahl wieder ein bisschen erhöhe. Na, dass wir uns mal so langsam auf den Winter vorbereiten, wo ich euch noch mehr auf den Keks gehe. Also, wie gesagt, kommen wir gut in den Montag rein. Na, habt einen guten Start in die Woche. Über ein Däumchen würde ich mich freuen. Über ein Abo natürlich. Jederzeit. Also, schön, dass ihr da gewesen seid. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.